Hallo, hallo und herzlich willkommen zu den MTV Top 100. Wir präsentieren die neuesten Charts der Welt und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der gleichzeitig sehr lokal ist, aber doch irgendwie in der Welt zu Hause. Man würde ihn glatt nach Amerika stecken, aber er kommt tatsächlich aus Wiesbaden und sein Name ist Calvin Colt. Also freut euch gleich auf ihn. Wir machen aber erstmal weiter mit einem unglaublich niedlichen Video, in dem sind keine Tierbabys, aber es bleibt trotzdem super niedlich. Dieses Video ist von Matt Simons. Ihr kennt ihn vielleicht noch von seinem Nummer 1-Hit Catch and Release. Wir hören ihn jetzt auf der 84 mit We Can Do It Better. Wir hören ihn jetzt auf der 84 mit We Can Do It Better. Wir hören ihn jetzt auf der 84 mit We Can Do It Better. Just wanna kiss girls, girls, girls. Red White and I just wanna kiss girls, girls, girls. Und vor der Tür steht auch schon mein Gast. Er ist der undeutscheste deutsche Rapper. Er ist in jungen Jahren schon viel rumgekommen, in London studiert, in L.A. produziert. Hier ist der kommende Hip-Hop-Star, Calvin Colt. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Darf ich noch schnell ein Foto von euch machen? Ja. Okay. Go and pose. Oh ja. Okay, setzt euch doch bitte. Wie geht es dir? Alles gut. I had a very good journey here, so I can't complain. Berlin fühlt sich immer an, ist Heimat, ja. Ja, wo wir schon beim Thema Heimat sind. Du bist hier rumgekommen. Wiesbaden, Berlin, L.A., New York, London. Ja. Wo ist deine Homebase? Geboren wurde ich ja im Nabel der Welt, Fulda. Na klar. Wiesbaden, lange gelebt, bevor ich dann mit 19, I moved to London. Und seitdem irgendwie lebe ich, alle waren in der Sookcase. In der Welt zu Hause. Ja, ganz genau. Deine aktuelle Single, Wait It On Me, sehr geiles Video. Wo wurde denn das gedreht? Canary Islands, zusammen mit Max, David, Felix und Lena. We just always come up with like a basic idea and then holen wir uns unsere Leute zusammen and we work on it and then we go and shoot it. Cool. Und der Buggy zum Beispiel im Video. War das auch deine Idee oder wie ist das entstanden? Das war ein bisschen random. Wir haben, die haben da so Quad- und Buggy-Touren überall auf der Insel, weil es sehr viel Wüste ist. And the first company we hit up told us nobody on the island is gonna give you a Buggy etc. And I was like, man, fuck off, we're gonna get it. And then we ended up organizing one und der hat halt gemeint, der tut so, ihr könnt eigentlich alles machen, aber don't do Donuts, so the first thing I did, cut that shit, ja. Sehr geil. Dann schauen wir uns doch mal an, wie ihr, du, die Donuts gedreht habt. Yes. Wait It On Me, Kevin Cole. Let's get it. Juju and tricks, mix voodoo with it, way I'm curving the dolls, asking who pull the strings. I'm Mary Nick, I got that chain on the net. Do I chase family respect? Trending, ending on the block. Figure the figures when I be getting the call. Nigga get jealous because he think that I ball. Now, I trade my peace for a piece of it, though. Wait It On Me, Wait It On Me. Wait It On Me, Wait It On Me. Wait It On Me, Wait It On Me. I'm pulling away, pulling away from ya. I give it, I give it, I give it, I give it, you take, give it, you take. You're running around, I'm running away, running away from ya. Wir machen weiter mit den MTV Top 100, Kevin Colt und sein Gefolge, seine Gang-Squad ist mit am Start. Und auch der gute Kevin, der kommt nicht um unser Warm-Up drum rum. Bist du bereit? Always ready. Okay, dann ist hier unser Warm-Up. Okay, rappen oder singen? Beides. Deutschland oder Amerika? Deutschland. Der erste Rapper, den du je gehört hast? Tupac. Wo willst du im Alter leben? Ähm, I want to have my own farm somewhere. I don't know where, but just my own farm. Okay. Drake oder Kani? I don't want to answer this. In welchen Momenten kannst du unvernünftig sein? Always. Welches Hip-Hop-Klischee erfüllst du? Ähm, der... Guck in den Spiegel, deine Zähne, Dicke. Weißt du, deine Klischee? Oh no, oh no. Ich hab letztens so eine rumänische Oma gesehen, die hatte auch ganz Gold-Szene. So, aus dem Spa, aber hör. Okay, und welches Klischee erfüllst du gar nicht? Ähm, I don't know, what do you guys think? Ja, Rappers has always, like, Hip-Hop-Clothes, Baggies, sneakers and stuff. Oh shit. The only rapper that went to college that I know is J. Cole and Calvin Coles. Okay, okay, we got that. Okay, you went to college. Das war unser Warm-Up. Okay, ähm, du hast ja auch so eine Art Kollektiv gegründet. BYS, Beyond Your Sense, was steckt dahinter? Ähm, da stecken wir dahinter. Das seid ihr. Genau, da gibt's aber noch den Hypercane, der heute gerade in Wiesbaden ist. So, shout out Hypercane. Okay. And, ähm, there's, ähm, and loosely we have, like, an extension of even more people. So, it's, ähm, more a group, eine Gruppierung von Leuten, die, äh, irgendwie, we have the same vision, we work on the same things, the same ideas about things. Und, und ihr macht alle Musik, weil irgendwo hab ich auch gelegen, Kreativagentur, ist das so? Ja, ja, alles, wir machen, alle, anything that is in regards to creation, that's what we do. Ob das jetzt, äh, audio oder visuell oder coding, programming, clothes, anything, we are involved, yeah. Kann ich bei euch mitmachen, wie sieht's aus? Safe. Geil! Boom! What do you wanna do? What do you wanna create? Was, was willst du? Boah, ich überleg mir noch was Gutes. Mhm. Ich find ja auch ein Label ganz cool, ne? Ja, safe. So, mit der Motten, da wär ich schon mit am Start. Brand, ja. Ich komm auf euch zurück. Women's Wear, Men's Wear. Ja! Ja, okay. Okay, da kriegen wir was hin, wa? Yeah. Anybody who wants to join, DM us, yo, we got you. No, for real. Ich dachte, da wär was Besonderes, dass ich bei euch mitmachen darf. Und jetzt, hör ich, jeder kann mitmachen, nur. Jeder, jeder kriegt die Opportunity, jeder muss, äh, die Möglichkeit bekommen, right? Okay. Und habt ihr da, ich frag mal, ihr, wenn ihr auch gerne sprechen wollt, benutzt doch die Keule. Ähm, habt ihr da, äh, Vorbilder jetzt zum Kollektiv, dass ihr sagt, okay, der ASAP Mob aus New York, oder gibt's da irgendjemand, wo ihr sagt, okay, an denen orientieren wir uns? Ich persönlich mag Odd Future sehr. Ich mag die Konstellation aus Musik und Fashion, wie sie es zusammengestellt haben. Möchtest du auch was sagen? Was ist dein Lieblingskollektiv? Abgesehen von B.Y.S. Ähm, wow, das ist eine schwierige Frage. Ich mag auch viele Sachen, wie die ASAP Mob, die gute Musik, alle. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen würde. Ich würde auch sagen, Kid Cudi, aber das ist mehr Calvin's Teil, weil er eher Kid Cudi mag, aber ich mag ihn auch. Und, ähm, ich würde auch sagen, ähm, ich weiß nicht, ähm, ich bin ein Producer, ähm, ähm, da sind auch Producer, ähm, ich mag, like, No Worries, oder Mindsign, aber er ist auch ein Artist. Ähm, natürlich, definitiv, Timbernet. Okay. Ich habe das. Ja, so, das ist ein whole bunch, aber ich glaube, in unserer Konstellation, äh, wir sind ziemlich unig und wir hoffen, dass wir auch viele andere dadurch inspirieren können, ja. Ja, das ist doch einfach geil, wenn man das sagen kann, hey, wir, wir wurden zwar inspiriert, aber wir sind zum Inspirieren da. Boom. Hey. Hey. Drop the mic. Okay, äh, wir machen weiter mit dem ASAP Mob, beziehungsweise daraus stand ASAP Rocky. Break the Lord auf der 9.50. Hey. Shout out Skepta. Hey. Okay. Check. Um, ja. Uh, yeah. Okay. Hey. Thao. Oh, ja. Hey. 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 Untertitelung. BR 2018 Kevin Colt ist bei mir zu Gast und wurde bilingual groß. Wie kam es dazu, dass du dich dann entschieden hast, auf Englisch Musik zu machen und nicht auf Deutsch, weil du ja in Deutschland geboren wurdest, in Fulda. Ja, ich weiß nicht, also growing up, I was always listening to English Music und mein Vater hat auch nur mit mir Englisch gesprochen und auch irgendwie sehr viele meine Verwandte etc. Also es war für mich beides seit Kindheit an, Muttersprache, Mutter-Vatersprache. Aber musikalisch hat mich das einfach mehr geprägt. Es hat mich immer, I felt like naturally drawn to it and there was the music that was around me so it came natural. I don't know, I get that. Ich krieg die Frage sehr oft, aber ich hab darauf nicht irgendwie eine konkrete Antwort. Also es ist einfach nach Gefühl. Manchmal dropp ich auch irgendwie hier und da mal eine deutsche Line oder eine deutsche Zeile. Hutschi. Da hast du ja auch mal kurz einen deutschen Rappart. And there's more songs also that are coming with also like very big international artists, wo ich auch represent Deutschland ein paar Lines droppe. Aber das ist bei mir immer sehr nach Gefühl. Ich glaub den einzigen nur deutschen Song, den ich machen würde, wäre gegen die AfD oder sowas. Okay, das ist ein Angebot. Hau raus. Boom, da bin ich direkt am Start. Aber trotzdem ist es ja auch so eine, ich sag mal, Erfolgsentscheidung. Es gibt ja kaum Rapper, die aus Deutschland kommen und auf Englisch rappen oder anderen Sprachen, die dann wirklich erfolgreich sind. Alle, die in Deutschland groß werden, Deutschrap raushauen, das geht nach oben. Wäre es für dich nicht viel einfacher gewesen auch zu sagen, ich mach jetzt Deutschrap? Ähm, ja und wir haben auch schon, ever since we were young, we got offers. Irgendwie von, ob jetzt Rappern oder Labels, die gesagt haben, ey, wenn ihr auf Deutsch macht, sofort und was auch immer. Und also? But it's like, if you don't feel it, it's not gonna be authentic. Und wir sind ja nicht nur in Deutschland unterwegs. Ich bin ja irgendwie, I'm in the States, I'm in England, I'm in France etc. Und ihr auch? Ja, travel mit mir, wir haben die Shows zusammen, wir produzieren zusammen. So it's like, ähm, ich weiß nicht, also Bury Me Alive, one of my biggest songs. Bury Me Alive, exactly. Und ähm, ist auch, also Paris ist eine meiner größten Fanbases, was specifically for that song und das hätte niemals funktioniert, wenn der Song auf Deutsch gewesen wäre. So, you know, I played festivals, und wir waren jetzt in Texas, South by Southwest, we are headlining in Poland, Lithuania, we're gonna have shows in the UK, und das ist alles, wäre nicht möglich gewesen, wenn's auf Deutsch gewesen wäre. Okay, stimmt. Aber hat sich in irgendeiner Richtung, oder euch generell, könnt auch gerne euch einbinden Jungs, äh, Deutschrap trotzdem geprägt? Ähm, do you have anything to say to that? Ja, I was, I was, I was listening to German Rap. Is it which one? Ja, Semi Deluxe. Ja, yes. Semi Deluxe, I was like, definitely, he, he, I thought we had things that I can relate to, and, yeah, um, yeah, but I wasn't like, I wouldn't buy a ticket for a German Rap concert, that was never the case. You, would you? Ja, also, ich würd auch Semi Deluxe sagen, auf jeden Fall, ähm, aber auch so Afrop, äh, Savage, äh, Asad. Du würdest auch ein Ticket für ein, für ein deutsches Rap-Konzert kaufen, ja? Habe ich schon. Hahaha. Für wen? Für, ähm, wow, das war damals noch, ähm, Jonesmann, war das, ja man, Jonesmann. Ey, 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 wie so ein, er sich, er sich, er sich, er sich, ähm, sag mal, du hast in London gelebt, hast du da was von diesem ganzen One Direction Hype mitbekommen? Nein, weil das nicht meine Welt war, also ich glaub, ähm, ich lebe sehr immer, in deiner Hip-Hop-Blase? Nein, nicht, gar, überhaupt gar nicht, ich hör auch privat nicht so sehr viel Hip-Hop, äh, I listen to a lot of, like, old soul music, äh, Sade viel, und irgendwie Afro-Jazz, Fela Kuti, et cetera, ähm, ähm, ja, One Direction was never really my, my world, I must admit. So like, for teens. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, aber trotzdem, nachdem sie sich getrennt haben, sind sie ja nochmal erfolgreicher geworden, das ist ja, ähm, wirklich der Knaller und gerade ist am erfolgreichsten von der ganzen Truppe, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch ja da mal mit der One Direction Gang beschäftigt, Liam Payne, der erfolgreichste, der ist jetzt zusammen mit J Balvin auf der 50 mit Familiar. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Top 100, die MTV Top 100 mit Calvin Colt und meiner Wenigkeit, ich hab dich ja schon jetzt öfter mal als Rapper betitelt, stimmt das, weil du singst ja auch sehr viel, gibt's sowas, wo du sagst, hey nein, ich bin Hip-Hopper, ich bin Sänger, ich bin Rapper? I don't know, also ich würde mich jetzt niemals als Sänger per se bezeichnen, cause I mean there's fucking people like Ed Sheeran and Adele out there, I don't compete with that. I'm an artist, ich hab, ich halt mal hier und da meine, meine Noten, and I like melodies, also von daher kommt das glaube ich eher, als dass ich jetzt ein Sänger wäre, aber I like the term artist, but I come from Rap. Ich sag mal einfach ein All-Arounder, wa? All-Arounder, so ist es, hör mal, nennen wir das so. Du hast ja in London und Deutschland Musik gemacht und auch in Amerika, welches Land hat dich in Sachen Musik am meisten geprägt? Geprägt, äh, London hat einen sehr krassen Einfluss auf mich gehabt, einfach weil es ist super competitive, everything is expensive, everybody raps, same obviously as in like New York and LA, aber ähm, dort ist es nochmal komplett anders, weil die ihren eigenen Stil von Musik haben, you know, Grime Music is very big etc. und all comes from like Garage, electronic fast music, das heißt das ganze schnelle Rappen, like me rapping double time and also the very technical side of Rappen, ähm, that was all London, das hab ich alles aus London. Okay, krass und ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, dass deine größte Fanbase eigentlich aus Frankreich kommt. Ähm, nicht komplett, aber... Oder viele ähm, hat dich denn der französische Hip-Hop irgendwie ähm, auch geprägt oder spielt das nur eine Rolle bei dir? Also, there is, äh, I always like exploring what is popping in other countries und, äh, Inspiration sammeln etc. Ich find's sehr cool, was dort passiert, aber ich würd das jetzt nicht, äh, kopieren, wie ich glaube, dass sehr viele andere Künstler hier im Lande machen. Aber, ey, I mean, whatever works for you, you know, is cool. Ähm, auf jeden Fall gibt's viele krasse Künstler. Ich find, was ich sehr cool am französischen Hip-Hop finde, ist, ähm, if they rap hard, it's like super hard, because of the language. So, the intensity and, like, cadence etc. ist krass. Ich würd's sagen, dann gucken wir uns mal was aus Frankreich an, und zwar Kellisch und Demson mit Mwakamun auf der 44. Ähm, wäsch. Ja. 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 Letztes Jahr ist ja ein Musiker verstorben, wo man gar nicht drum rum kommen konnte, es nicht mitzukriegen. Und zwar Chester Bennington von Linkin Park. Hat es euch auch arg getroffen oder hat euch die Musik auch geprägt? Ja, Linkin Park, safe. Ich glaube, dass alle Leute an bestimmten Linkin Park-Songs hörten. Da hast du gerade schon die Kurve gekriegt, direkt zu Mike Shinoda. Der hat sich ja relativ schnell wieder, sag ich mal, aufgerappelt und gesagt, okay, ich mach trotzdem jetzt weiter mit Musik. Und hat auch offensichtlich seinen Humor nicht verloren, wie wir in seinem neuen Video sehen. Ghosts als Neuvorstellung. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Kevin Colt ist heute bei den MTV Top 100 und auch er ist nicht drum herum gekommen, dass wir uns auf seinem Instagram-Kanal umgeschaut haben. Und ja, dann starten wir doch jetzt mal mit Behind the Post. Was sagst du denn dazu? Ja, das war ein verrückter. Das war in L.A. auf Fairfax. Und ist das dein Telefon? Glücklicherweise nicht, nein. Das habe ich gefunden. Ah, okay. Und ich war nur gefragt, was vielleicht passiert. Aber manchmal wüsste ich, dass das zu mir passieren würde, weil ich eine legittliche Entschuldigung habe, nicht zu... Ja, ich meine, du hast ja auch geschrieben, ne? Ist das ein Grund zum Glück wieder traurig sein? Genau. Zu welchem Fazit bist du gekommen? Ähm, you never know to the experience. Also, if somebody wanna fuck up my phone, you're gonna... Just give me your phone and give me a try. Okay. Ja. Ähm, wie wichtig sind dir denn soziale Netzwerke oder wie viel Zeit verbringst du damit? Oder ihr generell, so? Wenn ich aufwache, dann bin ich erst mal auf Social Media eine halbe Stunde. Halbe Stunde direkt? Ich bin ein richtiger Virtual Love Head. Ich brauche so diese virtuelle Liebe. Und bist du so, dass du in erster Linie erst mal auscheckst, was andere machen? Oder bist du auch direkt so, oh, hi, guten Morgen, meine lieben Freunde? Nein, nein, nein. Ich bin jetzt nicht so der Story-Guy. All day in the Story. Wenn was Geiles passiert natürlich, dann werd ich gleich auch nochmal meine Story aufwachen. Und direkt wieder aus. So, aber ich guck schon so, ich schau so die Stats. Wer ist am Start? Wer spielt heute? Oh, kass. You watch the chicks, bro. Erwischt. It ain't even like that. It ain't even like that. Und bei dir, ein paar Storys von dir hab ich gesehen. Du filmst sehr witzige Sachen. Wenn du Enten siehst, die gegen den Strom schwimmen. Die am Strugglen sind, ja. Menschen, die im... Was war da los? Ich hab die Story von Kevin gesehen und dass ein Mensch am Flughafen im Flossen und Schnorcheln und Badehose rumgelaufen. War das ein Freund von dir? Nein, nein, nein. Na, it would've been cool. I love weird people. You know, do what you... Mach was auch immer dir so im Kopf vorschwebt, solang's irgendwie nicht andere Menschen negativ beeinflusst. Nee, das hat mich amüsiert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne, wir sind von... Wir waren in Genf und hatten über Zürich und weiter Flug hier, um heute in Berlin zu sein. And that dude just walks to the airport and everybody's looking at him. And I pull up and say, yo brother, where are you flying to? Wohin geht's? Ich will auch. Ja, war cool auf jeden Fall. Geil. Ja, also du verbringst schon auch Zeit an sozialen Netzwerken. Ja, I try to, as long as I can, also so lange wie ich noch kann, mit fast irgendwie all meinen Fans zu kommunizieren etc. Weil, I mean, that's what it's there for, right? It's not for me to show off, it's for me to connect with people. So that's what I try to do. Okay. Aber eine, die kann gerade irgendwie keiner toppen, das ist Selena Gomez. Sie ist die absolute Instagram-Queen. Sie hat 138 Millionen Follower allein auf Instagram. Und hat irgendwie, wie auch immer, trotzdem noch Zeit, äh, Musik zu machen. Und Back to You auf der 19. Hören wir uns von ihr mal an. Und ich kann, aber was das? Ich weiß, ich werde wieder zurück. Ich will dich, wenn ich nicht so gut bin. Wenn mein Leben geht zu jemand anderen. Du bist in meine Hände. Und ich kann, wenn du dich rauskriegst. Ich kann, wenn du dich wieder zurückkriegst. Ich weiß, ich werde wieder zurück. 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 Willst du nicht sehen, dass wir alles sind, was uns frei ist? Es wär schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Und es wär zu schön, um es nicht zu riskieren. Und weil's mir viel zu viel dagegensteht. Wir wissen eigentlich, wie's besser geht. Ey, dann wär's schön blöd, nicht an Wunder... Es geht weiter mit einer absoluten Frauenpower-Vereinigung im Pop. Da haben sich Tovelo, Charli X, XCX, Aconapop, Elephant & Alma zusammengeschlossen. Und ihren Song einfach auch mal Bitches genannt. Hast du oder ihr eine Lieblingsrapperin oder Musikerin, wo ihr sagt, boah, das Mädel hat's drauf? Es gibt einige. Momentan, von der New Wave, von der UK. I'm DDB, Shoutout to her. Und Flo Hayo, definitiv. Ich will definitiv die Augen auf. Okay, wir machen das. Und der Clip hat nichts mit euch zu tun, Girls. Wir schauen uns jetzt Bitches als Neuvorstellung an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind immer noch bei den MTV Top 100. Calvin Colt ist hier. Und Namika war letzte Woche da und die hat eine Frage für dich da gelassen. Schauen wir da doch mal rein. Hi, hier ist Namika und ich hab eine Frage an dich. Wärst du lieber arm und gefeiert oder reich und verhasst? Bek续 mit. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Der Frage ist nicht, ob die Leute die Hütte dich. Es wird immer jemanden, die Sie selbst fühlen. Die Frage ist, wer hat's dich. Wenn es die Leute, die ich lief, möchtet ich mich, ich will nicht und richte und richte. Weil Geld nicht weiterontes Liebe. Wenn es die Leute, die mich lief, dannF**k sie. so I say I would rather be poor and loved by the people that I love, but if it's like just random strangest love in me No, it's just like, entweder super super reich, oder alle Menschen hassen dich. Also weißt du, es ist so beides super extrem. Du kannst dich aussuchen, okay, okay, wenn mein Squad mich mag, dann geht... Reich im Sinne von Geld, von Kapital? Yeah, they're talking about money bro. Hard dollars. Liebe. Liebe, okay, we choose off. Was ist Luxus für dich oder für euch? Liebe. Das ist schön hier. Den nächsten Künstlern geht's nicht nur scheinbar um Liebe, die wollen auch ein bisschen Fame und das Geld. Das sind Summer Jam und Bowser, die sind auf der 3 mit Casanova. Bis zum nächsten Mal. 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 Also ich meine, das ist ja ziemlich offensichtlich bei euch oder bei dir, dass Mode und Style eine relativ große Rolle im Leben spielen, was man ja auch in deinen Clips siehst. Hast du oder habt ihr Style-Vorbilder, wo ihr sagt, in Sachen Stylen macht der und der keinem was vor? I don't know, also es gibt sehr viele Leute, die einflussreich im Fashion-Bereich sind, aber I don't really go by what Rocky, Skepta, Kanye was worn. Für mich ist es einfach, if I see something cool and I like it, I buy it. Oder noch besser, man arbeitet zusammen hier 12 Pieces aus Dänemark. Shoutout Amir. Es gab euch noch nie eine Sendung mit so vielen Shoutouts hier. Es ist live, es ist alles Community. Gibt's denn eine Situation, wo dir komplett bummsegal ist, was du trägst? Ja, eigentlich schon, because all my shit is fly. Sorry for us, Gavo. No, if you feel comfortable and confident, dann kannst du tragen, was du willst, glaube ich. Also, oft kommen irgendwie Leute zu mir, so, oh, ich könnte das niemals so tragen, wenn ich sage, dicker, mach einfach. Die Leute, die dich verurteilen wollen, die werden dich sowieso verurteilen. Also, fick drauf. Ist egal. So nämlich. Ein wirkliches Social-Media-Vorbild, eine Mode-Ikone ist auf jeden Fall der Stradia Troye Sivan. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, sonst lernst du jetzt diesen kunterbunten Vogel in seinem bunt-blumigen Video kennen. Okay. Der Song heißt Bloom und wir haben ihn als Neuvorstellung dabei. Wir wollen, dass der Moment noch etwas bleibt. Um uns über tausend Menschen, sie reden aufeinander ein. Doch die Sprache, die wir sprechen, die verstehen nur wir zwei. Wir melden uns zurück ein allerletztes Mal für heute bei den MTV Top 100. Wir haben verdammt viel gequatscht, aber noch gar... Hast du gerade so gemacht, ob ich ins Loch gucke? Nein. Willst du mir jetzt schlagen? Nein, nein, nein. Ist das ein ongoinges Ding, das wir machen? Wie sieht's aus? Was ist in Planung? Heute gab's ein neues Video, einen neuen Song von dir. Erzähl doch mal. Ja. So, wir haben einen neuen Song, der heute rauskommt, namens Just Watch Me, which is again about people not believing in what you want to do, but you just do it anyway and they can sit back and watch you. Ja. So, und gibt's dieses Jahr noch ein Album? Eine Tour? Oh ja. Was können wir von euch erwarten? Eine Pulli-Kollektion? Everything. Ein Ring. Ein Ring, ja. Ein BYS-Ring. Jewellery-Stuff. Ich droppe meine nächste EP jetzt über die nächsten paar Wochen und Monate hinweg, die heißt, Mind of Cold Part 1. Elijah Hook ist in der process of dropping an EP. Exactly. Was is it gonna be called? TCTL. Which it stands for? Too Cold To Love. Und Sugarboy, DJ & Producer. Also, working on EP, but I have to change the name, so I don't know. Aber wir können alle dieses Jahr noch erwarten. Ja, Tour auch durch Deutschland und auch eine Europatour. Ja. All of us together. Wo spielt ihr? In allen großen europäischen Städten und in Deutschland auch in allen größeren Städten. Wherever the fans are, spread the music. Okay. Hey. Also, können wir uns auf jeden Fall hier in Berlin sehen. Wahrscheinlich in Köln, Wiesbaden, Frankfurt, irgendwo da in der Ecke. Stuttgart, München, Hamburg, everywhere. Alles. Okay. Geil. Hast du oder habt ihr eine Ahnung, wer denn gerade derbe erfolgreich ist, im Deutschrap und viele Nummer 1 Singles gedoppt hat? Einmal natürlich Bowie, but we already had them there. Das hatten wir schon. Dann würde ich sagen, Capital Bra. Boom. Und da ist er. Mit, möchtest du noch was sagen? Capital Bra. Okay. Freestyle König. Oh, du warst damals mit ihm Rapper? No? Das weiß ich nicht. No, that was after. He came after, right? Das kann gut sein. Er ist Freestyle König. Er ist Freestyle König. Okay, dann gucken wir uns auf jeden Fall den Freestyle König mit Berlin lebt auf der Nummer 1 an. Ich sag vielen Dank fürs Einschalten. Danke Jungs, dass ihr hier wart. Hey, Charlotte. Thanks for having us. Ja, viel Spaß mit Berlin lebt. Guckt euch an, wie die Stadt läuft. Hey. Auf der Eins. Was guckst du jetzt? Capital Bra. Keine Skrupel, der Brass Löwe. Guck mal, wie ich nur mit Wörtern meine Feinde töte. Der Staat will mich nicht oben sehen, wie Mindestlöhne. Aber deren Kinder sehen aus wie meine Söhne. Drück den Arm, geht 300 und die Erde, babe. Ich komm auf die Bühne und schreib Berlin lebt. Alles ändert sich, doch niemals Kapi's Qualität. Ich komm auf die Bühne und schreib Berlin lebt. Ghetto, Ghetto war in meiner Welt nur Paracet. Ich komm auf die Bühne und schreib Berlin lebt. Bis zum nächsten Mal. Ich schreib Berlin lebt. Ich komm auf die Bühne und schreib afternoon thiолов��fen. Ich der Eis, missionsstiffer, ob es leapfrau vor. Keine Skonnut weniger spiral. Ich komm auf die Bühne und schreib � rein. Untertitelung des ZDF, 2020